In diesem Video werde ich dir mal mitgeben, wie du Dotto-Dor-Vertrieb sehen musst, um richtig viel rausziehen zu können, um richtig erfolgreich zu werden und vor allem deiner Karriere einen entscheidenden Sprung und einen entscheidenden Arschtritt einfach zu geben, um wirklich hochzukommen. Viel Spaß mit dem Video! Wenn du im Dotto-Dor bist, dann geht es dir natürlich auch ums Finanzielle. Du willst halt einfach richtig Geld mit dem Ganzen verdienen und das ist auch der Hauptgrund, warum die meisten mit Dotto-Dor-Vertrieb anfangen. Keiner kommt ja als Kind auf die Idee, ich will mal irgendwann Hausierer werden, an fremden Haustüren klingeln, sondern es kommt irgendwann mal mit der Zeit, irgendein Kollege hat das gemacht, der verdient damit gut Geld oder man ist gerade in einer schwierigen Situation gewesen und fängt jetzt damit an. Und wie du selber wirklich schaffen kannst, am Ende des Tunnels auch einen eigenen Privatsteg zu haben, wo du dich bei jedem Wetter kurz mal hinsetzen kannst, um ein bisschen zu entspannen und wie du vor allem auch nicht nur ein bisschen Geld verdienst, sondern richtig Geld damit verdienst, erkläre ich dir hier einmal in diesem Video. Dotto-Dor-Vertrieb kannst du als eine von vielen Sachen sehen. Ein Weg ist, das Ganze einfach als Sprungbrett zu sehen. Du wirst im Dotto-Dor-Vertrieb unglaublich viele Fähigkeiten lernen, aber auch nur, wenn du es richtig gut machst. Wenn du irgendwo auf dem Mittelfeld unterwegs bist, also irgendwie gerade mal 50, 60 Kunden im Monat schreibst, 50, 60 Lieds gerade mal im Monat machst und nicht wirklich darüber hinaus einfach kommst, dann wirst du damit auch nicht so viel lernen und du wirst auch nicht so viele Kompetenzen erlangen, weil die Kompetenzen kommen durch den Erfolg und nicht im Mittelfeld. Auch wenn du dich irgendwo mal anders bewerben willst und das als Referenz nehmen möchtest, dann ist es doch tausendmal schlauer, ein geiles Ergebnis vorzuweisen, als irgendwo so ein mittelmäßiges Ergebnis. Du kannst durch Dotto-Dor-Vertrieb einerseits richtig krass verkaufen lernen, du wirst lernen, wie du auf Menschen richtig zugehst, du wirst vor allem auch lernen, wie du deine Angst vor der Ablehnung einfach überwindest, wie du innere Themen letztendlich beseitigst, weil die kommen alle an der Tür extrem hoch. Du wirst aber auch viele Kontakte gewinnen, wenn du das Ganze richtig machst und somit sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, mit denen du dich theoretisch auch in andere Business-Bereiche einfach weiterentwickeln kannst. Du kannst genauso Dotto-Dor-Vertrieb sehen, als etwas, was du viele, viele Jahre als erfolgreicher Verkäufer machst und einfach Monat für Monat ohne den Stress des Teamaufbaus viele hohe Provisionen bekommst an Eigenumsatz. Du kannst es genauso so nutzen, dass du dir wirklich eine Firma am Ende des Tages damit aufbaust. Manche sagen, mir reicht es, wenn ich ein Team aufbaue innerhalb einer Firma, vollkommen legitim. Als Unternehmer mit einer eigenen Firma kommen da auch nochmal viele, viele Aufgabenbereiche dazu und da ist nicht jeder zu gemacht, vor allem nicht für den Stress und vor allem für die Vielfalt an Aufgaben nicht. Aber wenn das dein Ziel ist, dann mach das. Was aber nicht dein Ziel sein sollte mit Dotto-Dor-Vertrieb, ist das so 0815 zu betreiben, so lari-fari, so ein bisschen damit irgendwie was zu machen. Dafür ist Vertrieb auch einfach nicht das Richtige. Entweder gehst du in den Vertrieb rein, machst eine Million und dann gehst du wieder raus oder wenn du es machst, dann ziehst du es langfristig durch und verdienst dauerhaft hohe Summen. Aber so ein bisschen dabei sein, so ein bisschen halbherzig dabei sein, zu wissen, ich könnte eigentlich viel mehr erreichen, zu wissen, ich könnte eigentlich ein viel hohes Niveau noch machen, aber ich bin zu faul oder mir fehlen die Fähigkeiten, ich bin nicht bereit, sie mir anzueignen oder durch dein eigenes Ego dich abhalten zu lassen, so unter dem Motto, ja, ich weiß, es gibt andere Leute, die verdienen damit viel mehr Geld, die sind viel besser als ich, ich habe aber keinen Bock von denen zu lernen. All das kann es für dich nicht sein, ja, weil dafür ist es dann auch wieder zu anstrengend unterm Strich. Dafür hätte ich keinen Bock, die ganze Ablehnung in Kauf zu nehmen. Wisst ihr, als ich jeden Tag noch damals an der Ausführ gewesen bin, war für mich eine Fünf nichts wert. So, ich fahre doch nicht ins Gebiet, mache mich morgens fertig, gehe duschen, steige dann irgendwo in mein Auto, fahre dann auch ins Büro, schule die Leute, fahre dann ins Feld, mache eine Gebietsplanung und dann mit fünf Dingern wieder nach Hause zu fahren. Also mindestens der Zehn muss da am Tag einfach mal drin sein. Und so Halbergebnisse von zwei, drei Verträgen oder sowas auf Dauer zu schreiben, konnte ich mir nicht mal vorstellen. Dennoch ist es so, dass die meisten, und auch die meisten, die jetzt hier gerade dieses Video gucken, irgendwo rumpimmeln bei einem unterirdischen Ergebnis. Also wirklich bei 40, 50 Dinger. Sondern das kann es für dich nicht sein. Du solltest Dort-O-Dor-Vertrieb viel, viel ernster nehmen. Du solltest viel mehr Zeit in Dort-O-Dor wirklich investieren. Du solltest viel mehr Zeit darin investieren, den Pitch richtig zu lernen, die Einwandbehandlung richtig zu lernen, das Closing richtig zu lernen, Körpersprache richtig zu lernen, um in der Lage zu sein, mehr Menschen an der Auszeit zu überzeugen. Dass du wirklich mal einen von drei, einen von vier Antreffern schreibst, dass du auch am Ende des Tages einfach mit extrem wenig Zeitaufwand, extrem viel Geld in diesem ganzen Geschäft verdienst und dich überhaupt mal in eine Position begibst, um als Vorbild auch in der Lage zu sein, Mitarbeiter ausbilden zu können. Weil deine Mitarbeiter kopieren 50, 60 Prozent deiner schlechten Eigenschaften, aber 200 Prozent deiner guten Eigenschaften. Und wenn du selber nicht gut bist, werden die richtig schlecht. Wenn du aber selber 100 Neukunden im Monat machst, oder 150 oder 100, 150 Leads im Monat schreiben kannst an der Tür, oder mit höherpreisigen Produkten mal wirklich in der Lage, bis 50, 60, 70, 80.000 Euro im Monatsumsatz abzurufen, dann haben auch die Leute richtig Bock, bei dir im Team anzufangen, haben richtig Bock, von dir zu lernen, weil sie wissen, wenn sie sich an deine Regeln halten, verdienen sie richtig Geld. Genauso ist es ja auch bei uns. Deswegen haben wir so einen hohen Andrang fürs Coaching, weil die Leute wissen, wenn sie mit uns sind, haben sie Glück. Dann geht es nach vorne im Geschäft. Auf einmal geht es alles, oder alle Probleme, die vorher da gewesen sind, können sich in Luft auflösen, weil wir für alles absolut Antworten haben. Es ist wie so, als ob sich die dicke Wolkendecke irgendwann aufdichtet, verschwindet und die Sonne wieder so richtig strahlt. Das bedeutet, Message einfach kurz von diesem Video. Wenn du schon Dort-O-Dorf-Vertrieb machst, dann mach es mit einem Plan. Mach es nicht wie einer der Leute, die da halbherzig rangehen und dementsprechend auch übel schlechte Ergebnisse haben, sondern wenn du es machst, mach es richtig und dementsprechend wichtig erfolgreich.